Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. In einer Holzlagerhalle einer Spedition in Kiel-Prujensdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Die Halle stehe komplett in Flammen, teilte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mit. Die Ursache sei bislang unklar, verletzt worden sei niemand. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Morgen vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung seien die Anwohner in den angrenzenden Stadtteilen gebeten worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es.